Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim Part 35 bei AlphaGamer 1.9.0 Und mit Ayla müssen wir hier durch Das war gut Da hab ich dem mal Richtig gut eine reingewirkt Wo ist denn der andere hingeflogen? Da liegt er ja Der ist geflogen wie eine Rakete Da sitzt einer Verdammt Du hast doch keine Chance Irgendwie komme ich hier ganz gut klar Hat euch irgendwie eine Schwere in der Erinnerung Feimabweiler Gold Hm Silberbarren Feimabweiler Hier runter Ist hier irgendwas? Nö Das wird jetzt ein schwerer Kampf Feimabweiler Feimabweiler Und Feimabweiler Hallo Ach ich hab den Feimabweiler Bogen genommen Und weg ist er Zeitverkauf Zeitverkauf Ja Ja Fuß Ist das alles was ihr könnt? Die herausforderungen Stirb Ja 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 Fuß Ich glaube, früher war ich irgendwie zu ungeduldig. Sonst würde ich hier nicht so gut durchkommen. Und die Leichen, da muss ich auch mal durchsuchen. Gold. Krankheitsheilung. Die eigentlich jetzt unnütz sind. Wie mir gerade einfällt. Wozu brauche ich sie? Ich bin ja unkrankbar. Was heißt unkränklich? Ich bin immun gegen Krankheit. Eisenpfeil, Gold. Hier ist nichts. Also gucke ich hier lang. Ich sag hier mal nach. Lauch. Ich brauche kein Bügeleisen. Hier ist also nichts. So weiter geht's. Was war das? Falsch! Weg mit dir. Der kleinen Heilung. Oh, was ist da drin? Nein. No. Nein. Offen. Schloss geknackt. Und hier ist eine Truhe drin. Die Triche. Kann ich aber gut verkaufen. Und Geld. Ein Kamin haben sie auch hier gehabt. Ein Kamin haben sie auch hier gehabt. Ich könnte meine Speicherung gebrauchen. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Ja, ja, ja. Sind wir. Hier anführen. Speichern. Weil das jetzt könnte etwas schwer werden. Einer der Feinde ist nämlich nicht so ganz ohne. Feuer hast du noch? Verschlackt. Verschlackt. Die Menge hat sich die Kopfabzieher. Ich glaube nicht, dass ich... Ihr etwas gehört? Äh, ja. Feier mal Schild. Erst. Erst ihr. Oh. Euer Kopf gehört mir. Heute sterben. Objekte. Das war nämlich der Typ. Der ja ganz schön Schaden austeilen kann. Der ja ganz schön Schaden. Oh, ho, ho. Ich glaube, mein Astornach ist immer noch am Leben. Gut. Boosh! Boosh! Hey, hey. Komm, hinterher. Boosh! Boosh! Und weg ist er. Zwergen kriegst du ja mal. Nehm ich mit. Boah. Dieser letzte Typ war schwer. Astarde. Irgendwie haben sie es geschafft, Skjör zu töten. Er war einer unserer Stärksten. Aber gegen zahlenmäßige Überlegenheit ist jeder machtlos. Er hätte nicht ohne einen Schildbruder losziehen sollen. Verschwindet von mir. Gemeinsam ist man stark. Ich werde sicherstellen, dass wir alle erwischt haben. Vielleicht finde ich ja Informationen bei einer der Leichen. Wir beide haben Arbeit vor uns. Die silberne Hand wird vor uns erzittern. Ja. Und was ist unser nächstes Ziel? Schön zu sehen, dass ihr so eifrig seid. Ich habe erfahren, dass eines der schlaueren Mitglieder der silbernen Hand in Jalmarsch herumschnüffelt. Wenn ihr euch in ihr Lager schleichen und seine Pläne stehlen könnt, sind wir im Vorteil. Also ich soll Pläne stehlen. Wer auch immer das getan hat. Ich werde ihn finden. Und wo steht... Und wo... Und wo ist Orotheim? Aber erst mal sollte ich die Quest... Karte! Weltkarte! Orotheim... Orotheim... Ist hier. Am besten hol ich mir dafür Lydia. Aber... Kam wer von hier? Nö. Öh! Halt! Kiste! Kiste! Verkaufen! Gold! Er lernt! Toll! Toll! Zu verkaufen! Da kriege ich etwas Geld für. Öffne Holzstüren. Öffne Holzstüren. Ist da jemand? Hä? Wo kommst du denn her? Ist das alles, was wir können? Ich hab ihn noch gar nicht gesehen. Wo kommst du her? Haben wir uns die ganze Zeit übersprungen oder hast... Oder hast du geschlafen? Und der Zaubertank der Heilung. War hier auch. Und wieder raus nach Himmelsrand. Und jetzt wieder den ganzen Weg zurück nach Weißlauf. Weil man sollte auch mal ein bisschen zu Fuß gehen. Und wo sind wir überhaupt? Äh, ja. Wie würdest du sagen? Hier so... Warum bist du da... Zu sehen? Weil... Da war ich noch gar nicht. Ich hab das doch gar nicht entdeckt. In welche Richtung gehe ich denn da gerade? Ich sollte mich an dem Gebirge halten. Oder besser, ich kann nach Weißlauf gehen. Heißt, nach... Südwesten muss ich gehen. Wisst ihr was? Ich nehm die bessere Gestalt. Hehehehe. Hehehehe. Au. Was greift mich denn an? Bär! Nein, 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 nein. Ich bin schneller. Oh. Das kommt bei ihm doch sehr gerufen. Halt! Diese Straße ist gebührenpflichtig. Ihr werdet also 200 Zollstücke Wegezoll locker machen müssen, wenn ihr sie benutzen wollt. Für jemanden, dem gleich der Bauch aufgeschlitzt wird, spuckt ihr ziemlich große Töne. Lebt wohl. Wo soll ich von mir aufstecken? Oh, ich ergebe es. Oh, oh. Augen schützen. Ich sollte mich ja gleich mal zurück verwandeln. Bitte. Oh, ja. Bekleidung. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Einmal Schnellheilung, bitte. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Ich bring euch um. Unmittelbare Macht. Wenn ich es muss. Wunsch! Der Feimer Schild ist weit oben. Der Feimer Schild. Schliopp. Genug! Genug! Hm, Schnaiper-Duell. Da lasse ich mich doch gerne ein. Treffer! Okay. Dann ein bisschen anders. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Wisst ihr was? Wir laufen los. Da kommt jemand. Objekte. Nein, Stufe! Magiker. Magiker. Oh, das ist gut. Zoomen, das hat mir gefehlt. Gelade! Mal ein bisschen mit Zweihändigen rum hantieren. Hehehehe. Komm her. Puff! Und das war's. Dietrich, Gold. Pfeimer, Pfeile, Eisenpfeile. War das auch wirklich alle? Hier müsste der eine sein. Gold, Eisenpfeile. Aber richtig ausräumen werde ich es, glaube ich, erst im nächsten Part. Und das war Let's Play Skyrim Part 35 und bis zum nächsten Part.